Ihr alten Dorfficker, jetzt reicht's mir echte. Ach scheiße, okay, das war nicht gut. Egal. Ach, hier haben wir noch welche Leute, die was bauen können, okay. Man soll eine Straße, wie heißt das, dahin bauen? Wie heißt das, bei mir, zum Beispiel bei der Schafs, da wo ich Schafe hab, irgendwie. Ich versteh das noch nicht so ganz mit den Straßen. Hier fehlt doch irgendwas. Na klar, das fehlt. Oh, das wollte ich jetzt nicht. Egal. So, nächste Runde. Die sind noch rudeln, die sind noch rudeln, ja, die sind noch rudeln, rudeln, rudeln. Die noch. Wieso wird das mir nicht angezeigt, dass die noch brauchen? Oh, da unten ist, äh... Okay. Egal. Ach, scheiße. Na, wo? Ach, bei dir. Direkt an der, äh, 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 Kartengrenze. Äh, ich weiß das, da oben. Da bin ich ja schon hin, ne? Äh? Ah, Leute, da kommen wir grad... Meinst du, da oben rechts, ne? Ganz oben rechts an der Karte, oder? Nein. Unten rechts bei dir. Unten rechts? Ist gerade erschienen. Äh, ach, da, oh, Mann, ey, das ist noch nicht. So. Wo kommen denn die Speerkämpfer hier her, Alter, Hütte? Stadtgründen. Tokio! Hello, Tokio! Hello. Produktion wählen. Was könnte ich denn da mal produzieren? Ein Kornspeicher. Wo sind meine auch da? Alter, hier, Färbemittel neu. War nicht schlecht. Politik einführen. Ach, schon wieder Politik, okay. Was du immer alles einführen willst. Ja, Alter. Ich fühl mir alles ein, ne? Für was? Ja. Sumpf-Trockenleben, Alter. Geil. Mhm. Ich hab hier nämlich voll Sumpf-Gebiet gebaut, ey. Das sind zwei Städte von den Siam-Eseln. Siam-Eseln, oder? Das sieht zumindest da erstarkt und nachher aus. Kann sein, ne? Nächstes Dorf ausgerolltet. Ich hab ja immer das Gefühl, dass ich so viel Armee hab, ne? Aber irgendwie hab ich um meiner Stadt Berlin gar keine Armee. Komm, die lasse ich jetzt hier stehen, in beiden München. Oder ja, ne, da rück ich ja noch vor, stimmt. Ja, nächste Runde. Ich hab die Straße nach Modus abgebrochen. Warum? Überall Barbanenlager entdeckt, weiße. Barbanenlager bei deiner Mama ist so weit da heißen. Ach so, da. Ja, der Kampf um München wird bald auf jeden Fall interessant, denke ich mal. Gibt's wieder weißwurst umsonst oder was? Ja. Geil. Aber ich find das auch ganz praktisch. Guck mal, was schön so ne Weichwurst ins Gesicht knüppelde. Hallo, Hähnchen. Geil, noch mehr Truppen. Alter. Ist doch unfassbar. Ich weiß gar nicht, ey. Das ist echt anstrengend. Aber das sind halt diese relativ schwachen Einheiten. Ja, ja, aber dafür, ey, ich hab auch schon Bogenschützen gekriegt normalerweise. So ist das nicht, ey. Und die sind auch ganz praktisch Bogenschütze. Ja, die sind geil. So, wo will ich denn mal mit denen hin? Ich glaub, mit denen zieh ich mal wieder zurück, ey. Und mit denen zieh ich gegen das Dorf da. Und mit denen auch. So, gib'n flotten Dreier hier mit meinem Lagerhand. Ich kann keine... Hast du ein neues Dorf gegründet? Eine neue Stadt? Ja, tatsächlich. Ja, in Tokio. Tokio. Ah, sauber. Oh, unterhalb von Hamburg ist jetzt auch ein Dorf errichtet worden. Unterhalb von Hamburg? Ach, da. Ach, komm. Aber da bist du ja ziemlich nah dran. Da sind meine Siedler, Alter. Oh, ja, die musst du schützen. Die kann dich nicht mehr bewegen, das ist das Ding. So, geht weiter. Alter, heftig. Oh, Gott, da musst du deine Bohr-Schützen am besten hinpacken. Aber normalerweise müsste das noch gehen. Die Siedler kannst du da stehen lassen und... Ja, ich zieh sie weiter nach oben. Anstatt nach unten. Einheit benötigt Befehle. Ich habe, wo soll ich mit denen hin? Gibt's hier irgendwo ein Barndorf? Ja, da oben. Komm, räuchern wir die aus. So, mal gucken, was hier so bei mir passiert, ne? Barbarndorf entdeckt. Ach, da, zwischen uns. Ach, nein. Nicht schon wieder. Hä? Ach, da. Ja, geil. Das ist eine Stadt, oder wat? Ne, das sind zwei Städte. Wo? Bei mir, oder? Hamburg, Berlin? Ne, Satchanala, da. Ach so, okay. Und noch eine... Oh, nein. Ihr Araber, was macht die Idioten da? Toi, jetzt muss ich warten, eine Runde. Wollt ihr mich verarschen? Die Siamesen, jetzt hängen mir auch die Siamesen im Weg rum. Ja, ja. Hat auch die Zwillinge auf, ey. Jetzt muss ich erstmal nichts tun. Alter, wie geil, guck mal. Die ist da drumrum, wie heißt der Zadalala, schmalalalalai, und der Zwei-Felder, äh, Naki-Daiso. So. Na, hier ist er noch, alter, hier ist aber, also das Dorf ist eingekästelt von der Araban, von dir und von mir. Nicht schlecht. Komm, die knüppeln wir auseinander da, jetzt. Oh. 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 Wirtschaft. Verschafft reichen, reichen einen Bonus, die auf Gold fokussiert sind. Wenn man Wirtschaft wählt, erhöht sich der Gold ertragende Hauptstadt um 25%. Was? Schaltet den Bau von Big Ben frei? Okay. Sag mal, ich baue dir den Big Ben, alter. Wo sind denn hier nochmal die Krieger, so? Wo will ich denn mit denen hin? Wollen wir mal, wo war jetzt ein Dorf? Da ist eins. Wollen wir mal. Bogenschützen. Rainer, fertig. Rainer kann man? Ja. Der kann's. Ja. Sag mal, wollen wir mal. Habe ich hier irgendwo noch ein Dorf? Ne, ne? Also hier ist irgendwo kein Barbarendorf jetzt mehr, ne? Ich will aber zur Verstärkung, will ich die hier hinziehen. Ist jetzt eine Straße? Nein. Ich hab eine Straße, aber ich weiß nicht, die bringt rein gar nichts, irgendwie das Gefühl. Bringen Straßen was, einfach so? Äh, schnellere Laufwege, also die, äh... Also dafür, dass das ein Gold kostet, find ich das ganz schön brutal. Ja, ich hab aber deutlich mehr als acht und es kostet, äh, mich, äh, acht Gold. Naja, irgendwie komisch, wa? Einfach mal verbinden, die Scheiße. Das ist ja besonders für Handel eigentlich ganz gut. Ja, ja. Mh... Ich freu mich schon, wenn wir Panzer bauen können. Hahaha. Ich will so viele Panzer bauen, wie nur möglich. Hallo, Schiffchen. Nächste Runde. Ja, Schiffchen hab ich noch gar nicht, ne? Aber da dürfte ich eigentlich auch irgendwann mal ein Dorf inbauen, ne? Hör mal die Siamesen-Nerven hier langsam. Ich will die wegplatt machen. Okay, die bauen noch. Die bauen noch, die bauen noch. Ist da oben alles hellig? Ja. Ach, die Siamesen helfen uns. Äh, die Araber, meine ich. Ja. Ähm. Oh. Das ist kacke. Könnte sein, dass ich einen, äh, Baudruck verliere. Ach, die Siedler. Das ist wirklich, Kacke. Scheiße. Ich hab einst einen Siedler zu viel. Ich weiß nicht, wo ich den her setzen soll. Ne, ich hab auch noch einen Siedler, ähm. Aber, ja. Da warte ich ab. Da wird mir empfohlen, aber warum? Ja, ich weiß auch nicht, wo das manchmal empfohlen würde. Alter. Okay. An Alter liegt das nicht. Ich weiß auch nicht. Kann sein. Da wird mir auch empfohlen, aber warum? Da vielleicht. Sieben Runden würde das dauern. Ach, geil. Wegen der Straße habe ich schon ordentlich Zeit eingespart. Praktisch. Produktion werden. Was baue ich denn da mal? Ich baue da eine Werkstatt. Okay. Äh, Unterhalt 2. Alles klar. Ah, hier. Lass uns mal das eine Dorf hier ausrotten. Ja, ja. Ich hab schon mal da ein bisschen Raum gerammelt. Wow, die sind aber stark. Ja, das sind Spätkämpfer, deswegen. Ach so. Und noch ein. So, sind das jetzt zwei Städte? Kann ich immer noch nicht sehen. Verdammt. Pring! Vorher, wie viele Musikstücke da in dem Spiel sind? Na ja. So. Alter, deine Punkte machen mich wahnsinnig. Ja, ich... Ich glaube, das liegt einfach daran, dass du so viele Einheiten hast. Ja, ich denke da auch weiter, das ist schon ordentlich. Okay. Dass du so viele Punkte durch, ähm, zerstören bekommst. Barbaren da gar schon wieder entdeckt. Wo denn? Ach da, okay. Ach da. Ausgerechnet da, wo ich in der Nähe meinen... Das ist keine neue Stadt. Also keine zweite Stadt. Hier, also bei den Gebäuden steht wenigstens, dass es Unterhalt 1 kostet. Also das ist echt kacke, also... Ihr habt Reiterei entdeckt. Ja, tatsächlich. Ach ja, stimmt, das habe ich ja gemacht. Da habe ich ja... Tschüss! Ach. Ach. weg sind sie so und da kann ich jetzt eine stadt satsuma so reiterei habe ich jetzt was sollte ich noch mal machen stahl oder was kann man als nächstes optik wassern geländefelder zu wassern und die ozeane zu überqueren mögliche richtung des leuchtturms gegen was du für sie ich war stahl kürt auf 10 was wird da gemacht sich gold markt okay und was wird da gebaut markt immer cool weil hier sind ja meine ich wollte da richten bei hier oben wird er wieder ein dorf auseinander genudelt hihihi was habe ich diesmal ein barbarenlager oh alter noch mehr barbaren das wird schon fast so lasse so die straße ist fertig was mache ich jetzt mit denen ich könnte zwischendrin mal anfangen eine stadt der straße zu bauen anfangen eine straße hat man war schon mal jemand hat wo es das hört ja ich finde ich gut so kannst du noch eine einheit dabei die ja oben bei unserem dorf da bewegen naja ich wollte es ist ein extremst langwieriges spiel ja ja vor allem wir haben ja noch du hast ja glaube ich erst die das dritte zeitalter glaube ich erst von acht acht ja so welche einheit würde ich befehlen diese einheit ok boah nicht so runter ach ich habe hier noch die bogenschützen alter das ist ja wahnsinnig ja bei mir ist wirklich au gut jetzt habe ich aus der seite auch nächste spieler aber egal belgrad wird angegriffen hau weg die scheiße nein stadt tokyo ist gewachsen was ach tokyo ah ähm hallo dann mach ich lieber auf da so ach ja stimmt die kacke das dorf hier oben habe ich ja schon wieder weggedudelt oh man ey jetzt wenn wir mit einem riesen trupp komme ich wieder irgendwie also echt oh nein kann ich natürlich nicht hier ist natürlich noch wieder ein dorf ich versuche mal deine siedler zu schützen land handelswege die in dieser stadt beginnen haben eine eine um 50 prozent erhöhte reichweite und produzieren zwei gold zusätzlich wenn die eine verbindung zu einer anderen zivilisation herstellen macht wir müssen endlich mal unsere straße fertig kriegen das ist euch das ist teuer 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 okay ach die können auch mal angreifen geil hau weg die scheiße hier ich kaufe mal sogar jetzt ein feld das mache ich plus 1 gold geil oh hdg oh hdg viert hast du schon eine vierte stadt gemacht was hast du da für edelstoffe ääääh auch seite bison okay ja habe ich aber hauptsächlich wegen dem gold gemacht ich mach das alles nur für geld cash digger cash alter zaster moneten kies so euch packe ich auch zur straße zum straßenbau so holen was ich kann die doch ich kann die doch bewegen da unten ist wieder ein barbarendorf immer überall alter stärke 14 die schwertkämpfer meine ich habe auch welche was machen meine bauarbeiter der ist noch am laufen die sind am bauen die sind am laufen die sind am bauen okay ich setze gleich drei bauarbeiter trupps zu unserer für unsere straße der straße ein machte machte ich war das auch nicht wirklich nur nach christus wird sich logisch an null nach christus aber hier steht eins nach christus nützlich wird hat sich bei mir auch aber eben im auge popfenster stand null popfenster ich bin ein kind ich weiß um da ist ja noch ein schiff weg ist es die ganzen schimmelplatte ja meine bogen die kompositbogen schützen brauchen nur einen einen angriff um ein ganzes schiff zu ich würde sagen läuft hier ist immer aussehen popp weg ist es im single player gibt es wenigstens eine animation dazu ah cool ach da ist das mal barndorf ach hier unten rechts ist ja auch schon wieder ein barbarendorf komm dann laufe ich jetzt mit den wichsern laufe ich jetzt hier echt nach polen so ich schütze mal jetzt mal deine ähm siedler da ja ich hab sie schon ein bisschen nach oben bewegt damit sie nicht mehr so unbedingt in unmittelbarer nähe sind von den wichsern aber man muss ja auch aufpasse aufpasse so die alter schwede die straße ist geil ich bin froh dass ich nur noch ähm äh plus null gold mache und nicht mehr minus sieben oder so was ich da hatte ich mach auch plus null oh alter hoffentlich greifen die jetzt nicht an hier die die macker ne ne die sind ja friedlich äh jetzt ist sie wieder zurückgesetzt naja ich wollte nur mal gucken ich will nur mal gucken nicht anfassen guck ich guck so in diese runde ja das wird eigentlich mal auch kristina kristina ja ja Vielen Dank.